Was geschieht beim Tod eines Lebewesens, wenn das Lebensprinzip in der Materie nicht mehr wahrnehmbar ist? Was bedeutet der Tod für unsere Bakterien, Pflanzen und Haustiere? Dieser Frage gehen wir in diesem Video nach. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Maximen steuern die Entwicklung aller Dinge aus X6, vom Subatomaren bis zum Lebewesen. Im letzten Video habe ich euch zwei verschiedene Arten von Maximen vorgestellt, Inframaximen und Extramaximen. Extramaximen sind unmittelbar an ein genetisches Muster gebunden. Sie steuern einen Lebensprozess, dessen Individualität nicht immer eindeutig ist. Dafür kann sich diese Art von Lebensprozess aber auch offenbar beliebig lange fortsetzen. Wir sprechen ja hier von Bakterien, niederen Pflanzen oder Pilzen. Die von ihnen aufgespannte äonische Aria ist daher Dysvariant, vielleicht noch partiell Televariant. Inframaximen hingegen induzieren bei einer sexuellen Fortpflanzung einen individuellen Lebensbeginn. Die von ihnen induzierte äonische Aria ist mindestens partiell Televariant. Wenden wir uns nun der Frage am anderen Ende der Aria zu. Was geschieht beim Tod einer Entität? Ein Bakterium wird vernichtet oder gefressen, eine Pflanze wird geerntet, ein geliebtes Haustier stirbt. Wir können beobachten, dass der Körper vollständig den Zerfallsprozessen der Physis überlassen wird, indem nur noch die negativen, das heißt Entropie maximierenden Maximen der Totalitäten 6 und der Pseudototalitäten 7 wirken. Was aber geschieht mit dem Ilkor, mit dem, was das Leben eigentlich ausgemacht hat? Wir haben den Ilkor als eine Struktur kennengelernt, die Sinnesreize aus dem Körper aufnimmt und Reaktionen zurückgibt. Die damit verbundenen Aktivitätenströme bedeuten Bewusstsein. Der Tod kann dann nur bedeuten, dass sich die Telekosyntroklinen, die diese Aktivitätenströme vermitteln, endgültig von der biologischen Matrix ablösen. Damit gibt es aber keine Quelle von Aktivitätenströmen mehr. Das heißt, der Ilkor bekommt keinen Nachschub mehr in Form von Sinnesreizen und damit muss er seine gesamte Aktivität buchstäblich einstellen. Und jetzt kommt es auf die Art der wirkenden Maxime an. Liegt eine Extramaxime vor, dann wird der Ilkor mit dem Tod aufgelöst. Denn die Maxime kann nur während der biologischen Lebenszeit wirken, die Extramaxime. Damit ist die Aria, die hier aufgespannt wird, also mit Sicherheit total dysvariant. Was aber, wenn jetzt eine Inframaxime herrscht? Deren Existenz ist nicht unmittelbar an die Biologie gebunden. Deren Ilkor, der Ilkor, den sie induziert, kann damit fortbestehen in einem X5-Parallelraum. Aber, da auch hier keine Aktivitätenströme mehr herrschen, mehr vorhanden sind, ist dieser Ilkor nur noch eine statische Struktur. Diesen statischen Ilkor kann die Maxime also nicht mehr verändern. Und damit kann es auch hier kein Final-Telezentrum geben. Die Aria, die wir hier haben, ist also partiell Televariant oder partiell Dysvariant, je nachdem, wie rum wir es betrachten. Die niederen Daseinsformen der Bewusstseinsstufen 0 und 1, also wo Extramaxime wirken, haben also mit Sicherheit keinerlei postmortale Existenz. Es gibt für sie keinerlei Leben nach dem Tod. Die höheren Daseinsformen bis hin zu den Säugetieren, höhere Primaten, klammern wir einmal aus, die existieren zwar in einer Form weiter, aber, da diese Form statisch ist und keinerlei Aktivitätendynamik vorliegt, ist das eine Existenz ohne Bewusstsein. Ihr Dasein bleibt aber im Kosmos vorhanden, gewissermaßen als eine statische Erinnerung an ihr Leben. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir alles daran setzen sollten, die Lebensqualität unserer Mitgeschöpfe zu erhöhen, denn damit wird ein realer, bleibender Wert geschaffen. Wie langfristig dieser statische, transzendente Zustand sein kann, das lässt sich auch noch untersuchen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit. Diese Form von Dasein setzt sich zunächst stabil fort. Nach einer gewissen Zeit aber kann die Inframaxime in eine Extramaxime umschlagen und der Ilkor aufgelöst werden, der statische Ilkor. Auch dann endet quasi die postmortale Existenz. Dieser Vorgang kann artspezifisch sein oder er kann durch einen, wie auch immer gearteten, äußeren Einfluss ausgelöst werden. Möglichkeit Nummer zwei. Dieser statische Ilkor existiert für alle Zeiten und ist erst im eschatologischen Telezentrum des gesamten Kosmos telezentriert. Nun gibt es aber auch für diese statischen Formen eine kleine Hoffnung, gewissermaßen. Angenommen, wir haben eine gewisse Menge dieser statischen Formen von verstorbenen Einzellern, Pflanzen oder Tieren. Artbedingt haben alle Entitäten einer spezifischen Art während ihrer Lebenszeit ähnliche Erfahrungen gemacht. Ähnlichkeit bedeutet im Trans-Bereich aber eine Nähe, ein Zusammensein. Eine gewisse Menge dieser Entitäten kann deshalb eine transzendente äonische Aria bilden. Diese ist zwar nicht Televariant, aber es kann über ihr ein sogenanntes Transzendenzfeld entstehen. Burkhard Heim definiert diesen Begriff ausführlich in der synthrometrischen Maximen-Telezentrik. Er ist nicht zu verwechseln mit dem Trans-Bereich der Welt, mit dem wir die Koordinaten x5 und x6 bezeichnen. Ein Transzendenzfeld ist eine synthrometrische Struktur, die sich über solche Ähnlichkeitsgesetze bilden kann. Dieses Transzendenzfeld nun stellt aber eine Aktivitätendynamik dar. Und das bedeutet, es gibt hier wieder ein Bewusstsein. Dieses hat den Charakter eines Artbewusstseins mit einer Art Gedächtnis. Für unser menschliches Dasein können wir das vielleicht identifizieren als Carl Gustav Jungs kollektives Unbewusstes. In diesem Artbewusstsein kann nun eine gewisse Dynamik entstehen, die umso höher sein dürfte, je größer die Vielfalt der gemachten Lebenserfahrungen ist, der Einzelentitäten, die darin integriert sind. Gerade wenn sich etwa Umweltbedingungen in der physischen Umgebung dieser Art stark ändern, dürfte sich diese Dynamik erhöhen. Diese Dynamik kann dann aber zurückwirken auf Muster sich inkarnierender Maximen und damit zum Beispiel Wahrscheinlichkeiten für genetische Mutationen erhöhen, die eine verbesserte Anpassung an diese Umweltbedingungen ermöglichen. Und so können sogar Evolutionssprünge ausgelöst werden. Dieser Prozess ist also eine mögliche Lösung des Rätsels der in der Erdgeschichte beobachteten Evolutionssprünge, die ja rein statistisch gar nicht auftreten dürften. Und über deren Ursache sich die Dogmatiker bei der Lager Kreazonisten, die Darwinisten, regelmäßig in die Haare kriegen. Natürlich ist die Heimtheorie damit weder kreazonistisch noch widerlegt sie Darwin. Charles Darwin hat vor allem beobachtet, dass es Evolution geben muss und diese Beobachtung gegen die Dogmatik der Kirche verteidigt seinerzeit. Über die Prozesse, die dahinter stecken, hat er überhaupt nichts aussagen können. Genetik und Radionuklid-Dotierung, das kam ja erst viel später. Und erst viel später hat sich dann die mechanistische Sichtweise durchgesetzt, die an Darwin diesen Ismus herangehangen hat und von Dogmatikern wie Dawkins vertreten wird. Evolution findet also statt, aber sie ist kein mechanischer Prozess. Das biologische Dasein hat Konsequenzen für das Dasein im Transbereich und das Dasein im Transbereich wirkt zurück auf das biologische Leben. Interessanterweise vertritt auch die klassische Biologie bzw. Evolutionsforschung die These, dass es die sexuelle Fortpflanzung war, die es ermöglicht, den Evolutionsprozess so stark zu beschleunigen, wie man es beobachtet. Genau dasselbe Argument ergibt sich aber aus der in diesem und dem vorigen Video dargestellten Sichtweise. Die sexuelle Fortpflanzung erfordert bzw. ermöglicht das Wirken von Inframaximen, die eine transzendente Daseinsform induzieren können. Deren postmortale Dynamik wirkt dann zurück auf die Evolution der Art oder der Arten in der inkarnierten Biologie. Natürlich ist es auch vorstellbar, dass hier im Transbereich Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Arten direkt auftreten. Und diese Transzendenzfelder, also dieses Artbewusstsein, das kann durchaus Televariant sein. Das also sind die postmortalen Möglichkeiten, die für unsere Bakterien, Pflanzen und Tiere bestehen. Es bleibt immer noch die Frage, was geschieht mit uns Menschen jenseits dieser Unstetigkeit, die wir Tod nennen. Bevor wir diese Frage behandeln können, müssen wir unser Bild der Psyche noch etwas vervollständigen. Daher bitte ich noch um etwas Geduld für ein paar weitere Folgen von 6 Dimensionen in Farbe.